Hallo miteinander, wir haben in einigen Kursen den Jerusalemer getanzt, aktueller Partytanz, möchten wir denen, die es wiederholen möchten, einfach zeigen und die, die ihn noch gar nicht können, dürfen ihn gerne mitleeren. Wir nehmen den linken Fuß nach vorne und tippen viermal auf. Eins, zwei, drei, vier. Den linken Fuß nun zurückziehen und dann sofort den rechten Fuß auftippen. Und fünf, sechs, sieben, acht. Das Ganze wiederholt sich nun viermal in schneller Abfolge. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Der Wechsel den rechten Fuß zurückziehen, dann aber links vorne überkreuz gehen und anschließend einmal aufgepasst, wir haben und eins, zwei, drei, vier. Überkreuz, seit, überkreuz, seit. Bei fünf dann ein Tippen und mit dem linken Fuß zur Seite zurück mit eins, zwei, drei, tippen. Rechter Fuß ist frei, wir gehen rückwärts drei Schritte. Eins, zwei, drei. Hier möchte man unheimlich gerne einen Tippschritt machen, darf es aber nicht, denn jetzt gehen wir zur Seite und haben eine Verzögerung. Wir machen das mal einmal zusammen, wir gehen mit dem linken Fuß. Eins, zwei, und drei, vier. Letztes fassen wir wieder zurück nach rechts. Über fünf, sechs, sieben, acht. Dann geht es wieder von vorne los. Ganz am Anfang wäre es. Eins, zwei, drei, vier. Und fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Und fünf, sechs, sieben, acht. Tipp, zwei, drei, vier. Tipp, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, und drei, vier, fünf, sechs. Und vorne noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, und fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Und fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nach links. Eins, zwei, und drei, vier, fünf, sechs. Ein letztes Mal. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.